hallo vorgesehen von minecraft 10 sekunden 1 minuten 10 minuten 10 stunden und wir sind heute zurück mit fabi wieder mal luca wie immer unterwegs ist alter der ist immer mal in letzter zeit und den street unterwegs aber die gute fabi ist dabei der laut meiner intention leicht kränkelt aber egal es geht ja ja doch ok leute ich werde wie immer euch jetzt um rechts einbinden das glücksrad vom letzten mal oder ist rad und unser thema ist kuchen heute bist du bereit kuchen zu bauen wir sind alle bereit leute und der gewinner vom letzten mal bin ich da ich der krasse willen leute wie es in den comics geschrieben habe ja aber ihr könnt für das nächste mal wieder themen vorschlagen die habe ich auch ein begriff ins glückrad glücksrad und ihr könnt wieder schreiben wer für euch gewonnen hat ich habe ich würde sagen 321 ich bin gern ich noch anmachen musste scheiße zack 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 ja ok stop 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 ich habe mich die ganze zeit verbaut leute guckt euch an was ist das eine kacke leute was ist das eine kacke aber okay fabi ich komme mal zu dir rüber da ist ein abgeschnittenes kuchen ok wenn du meinst habe ich dann kommen wir rüber zu meinem ja ich wollte eigentlich wollte ich hier noch guck das machen ich auch aber ja heute das sind die beiden sachen mein würfelkuchen man kennt den und fabis ja muss man noch was dazu sagen ich glaube nein das war nicht okay die ganze minute alter hatte ich würde sagen in 321 ab geht's okay erst mal ich möchte ich möchte symmetrisch bauen aber wir haben keine zeit dafür gute symmetrische sachen zu bauen und leute ich habe mich verbaut ich habe dafür keine zeit ich habe doch dafür keine zeit leute ich kann ich kann ich kann ich kann nicht gucken wie viel zeit wir noch haben zack hier so hier zeit rück zeit rück leute zeit rück so hier so ah damit ich halbwegs die grobe kuchenform habt leute ihr versteht so hier so wir müssen das irgendwann mal mit schüsseln bits bauen ja das wäre bombe so hier so so zack stopp bohr sieht sieht mein kuchen kacke aus sieht der kacke aus alter ich werde diese folge sowas verkacken ich werde sowas mal verkacken eigentlich habe ich gedacht kuchenbaum wird ja voll easy Leute ich wollte gerade schummeln aber Hilfe Hilfe ich kann nichts mehr bauen so jetzt egal Fabi ok ich gucke mir mal deins an was hast du ok der sieht boah sieht schon bombe aus du kannst du bist auch schneller am bauen als ich muss man sagen ich klicke auch schneller glaube ich vielleicht nicht Fabi das leute sehr gut ok Fabi ich würde sagen Leute 3 2 1 ab gehts ok let's go ja kann ich dich mal was fragen Fabi was machst du so für einen Kuchen machst du einen etwas ründlicheren oder ein bisschen molligeren das wird kein normaler Kuchen sag ich mal so oh außergewöhnlicher ja schöner das das wird das wird halt kein Kuchen also doch es wird schon ein Kuchen aber ein anderer oder machst du machst du eine Torte oder was ja sowas zähl doch das Thema Kuchen ja Torte lass ich gelten äh ähm 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 ja gut Leute meins ist auf jeden Fall rund und wie hoch machst du machst du dann so mehrstöckig einstöckig äh ich glaube ich mach den zweistöckig uh boah der flex ne boss zweistöckiger Kuchen ja äh ok so ha ne wann bist du schon so ich bin noch bei den basics du weißt pfff ich hab mich immer noch verpasst man ok leute ich die meiste zeit die ich verbrauche ist einfach nur dass irgendwie dass das richtig ist das ist die meiste zeit die ich verbrauche weißt du und wie läuft so bei deinem Kuchen ja relativ gut schön das das hört man noch gerne wenn es bei dir läuft Luca wird mich hassen so wie ich hier baue leute soll ich das auch mal mit Luca machen schreibt es mal in die kommentare Luca ist ja der könig im bauen von uns der ist der king der king auf crafted er ist auch crafting king er ist ja nicht ohne Grund crafted ja so zack so ah hier die juten basics die basics sind jut aus leute oder ich hoffe es ich hoffe Leute ich hoffe die basics sehen irgendwie ganz jut aus ähm wollt ihr werdet gleich sehen was es ist ach ich sag euch wenn Luca dieses Video sieht alter der ist gerade dabei seine äh seinen Kopf zusammen zu schlagen weil ich nicht baue du ba- warte was äh warum hast du ach Dias ich hab grad statt bedecke mich mit diamanten bedrock gelesen ich seh ich erzähle dir meine intention hintermai damit die leute auch verstehen eigentlich war meine idee einen normalen basic minecraft kuchen in rund zu bauen was ist so deine idee äh so ne minecraft torte das ist halt ein grund warum ich das so mache weil warte ich muss kurz denken eine torte die einen zweiten stock hat hat die dann sieht man eigentlich erst den boden oder schon die glasur ähm weiß ich nicht hab mich noch nicht so viel mit befasst wurde ein bisschen mit der glasur verkackt und es alter leute was ist heute los äh alter bin ich grad lost ich will äh weather so okay du hast schon gemacht stabiler junge oh leute das wird schön das wird schön das hier bau ok leute leider kann man es nicht so super rund bauen egal so zack zack so so leute leute was ist das baue ich hier so dieser stänge wisst ihr ja leute und hier kommen ähm noch so kerzen hin so fabian hallo okay fabi ist weg warum auch immer geil fühle ich so leute ah das ist doch gute kerzen hier hat jemand geburtstag so dann hier noch eine schöne kerze hier kommt noch eine hin oi oi leute dat 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 ist doch mal was feines so äh quar quar ziri du dann machen wir hier so wait a minute so zack noch so leute wisst ihr so ein teller man braucht ja immer so ein teller wo der kuhn dann so drauf steht ihr wisst b bescheid zack zack au wir haben wir haben nur noch wenig zeit glaube ich leute das ist nicht gut das ist nicht gut so so zack hier ok leute langsam kann ich den zeitdruck ich glaube ich habe kaum noch zeit oh ich baue über die brand überrandung ah zack 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 leute wir haben es gleich nein nein hilfe leute ich weiß nicht wie viel zeit wir noch haben ich muss diesen teller noch fertig kriegen hi fabi fabi mhm wir müssten gleich fertig sein ah hilfe hilfe ah was mache ich hier ich kriege langsam zeitdruck ich kriege zeitdruck hier hinten habe ich noch irgendwo einen baufehler hier so ja oh es wird hier dunkel äh oh ähm das waren die 12 minuten stopp ok mein kuchen sieht ja mal komplett kacke aus ich hätte mir eigentlich so eine wörfel vorlage genommen und wollte die so in rund bauen ja dann komm rüber ha 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 oh god leute was hat den fahr ah den kenn ich den kenn ich ja safe besser alter da okay der sieht schon bombe aus sieht nun nicht komplett nach äh dings äh wie heißt's kuchen so so ähm aber es geht sieht fresh aus ja komm zu meiner ja ich finde ihn nicht schlecht ich finde ihn jetzt kacke nee also was ich weiß nicht was was hier oben drauf ist aber äh äh da oben äh soll so dieser stil der kirche sein weißt du okay ja leute hier das sind meine alle im gleichen stil zehn sekunden eine minute zehn minuten ich bin so schlecht im bauern leute aber egal hier das ist fabis zehn sekunden seine minute und seine zehn minuten von meiner intuition hat fabi gewonnen aber leute ihr könnt es gerne mal unten in den kommentaren ab stimmen und schreiben wie ihr es haben möchtet und ihr könnt auch gerne ähm themen für die nächste folge da lassen leute ich würde sagen wenn ich es vor video gefallen hat dann lasst noch leckern können weitere riesen dazu verpassen abonnieren schaut bei fabi gern vorbei ich hoffe da kommen auch bald wieder aktiv videos und so und rechnen tschau läuth reap eres ba läuth und mag